Musik 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 Ich bin Einer von UTS Für unsere 29 Spitzguckmaschinen und Thermoformen braucht man sehr viel Strom Aber zum Glück braucht man nicht noch Energie zum Heizen von unseren Büros und Produktionshallen Das machen wir schon lange mit der Abwärmung der Spitzguckmaschinen Übrigens hast du gewusst, wir beziehen unsere Strom aus der Schweizer Wasserkraft 100% Natur Musik 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 Musik